Niemand mag gern leblose Textbausteine. PhraseXPress kann deshalb Textbausteine zufällig variieren. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie einfach das in PhraseXPress realisiert wird. Hier sehen Sie den Ausgangstext in PhraseXPress. Um diesen nun zufällig zu variieren, markieren Sie die gewünschte Passage Zufallstext. Die Markierung wird automatisch übernommen und Sie können nun ganz einfach mit der Plus-Schaltfläche weitere Alternativen hinzufügen. Und so weiter. Unter Name können Sie noch eine Bezeichnung für das Makro vergeben. Mit Klick auf OK wird der zuvor markierte Text mit dem Makroplatzhalter ersetzt. Sie können übrigens schon bereits bei der Komposition verschiedene Alternativen berücksichtigen, wie Sie hier bei der Großfloskel erkennen. Hier wurden mehrere Alternativen durch ein Schrägzeichen getrennt. Markieren Sie diese Kombination und klicken Sie mit der rechten Maustaste. Wählen Sie nun markierten Text in Makro umwandeln. Sie erhalten dann verschiedene Optionen. In diesem Fall möchten wir die Zufallsauswahl. Und Sie sehen, dass die Alternativen aufgesplittet werden in die verschiedenen Zufallstexte. Mit Klick auf OK wird das Makro eingesetzt. Das war's schon. Das war's schon. Vielen Dank.